Das Risiko dürfte allen bekannt sein. Wenn wir nicht entsprechend entschieden genug und auch groß genug handeln, verlieren wir die Industrie oder Teile der Industrie und mit Teilen der Industrie nicht nur Arbeitgeber und Branchen, sondern tatsächlich maßgeblichen Teil des Wohlstands, der Wohlstandsgeneratoren in diesem Land. Mit den entsprechenden politischen, gesellschaftlichen, möglicherweise demokratischen Konsequenzen. Also wir müssen uns zurückerinnern. Wir hatten noch vor der Ampel sechs Kernkraftwerke, das waren 7000 Megawatt, die für zweieinhalb Euro Cent Strom produzierten. Und dadurch war in Deutschland immer noch der Strompreis so bei 5 Euro Cent im Mix. Nach der Stilllegung der Kernkraftwerke ist das jetzt auf 10 Euro Cent hochgegangen. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben den höchsten Strompreis der Welt und das ist selbst produziert, einmal durch die teuren Erneuerbaren, aber den gleichzeitigen Rückzug der Kernenergie, die die preiswerteste Energieform war. Es ist leider den Bürgern nicht klar, dass sie damit unseren Wohlstand zerstört haben. Die Grünen haben den Wohlstand dieses Landes im Kern zerstört, weil sie die wichtigste Säule unserer Stromversorgung weggenommen haben oder kaputt gemacht haben.